kill a bean, kill a bean, kill a bean kill a bean, kill a bean oh abigail kannst du mal bitte wieder normal werden so die haben wir wieder ready war das mies und das in der nacht ja zack schmetterlinge cheater sieben kannst du mir mal irgendwie zwei geben oder so wenn du schon so viele hast du jetzt nicht so viele von den alle ja das sind doch schwierig ich hab jetzt alle getötet ne ja ja, mach da automatisch, dass er gleich alle tötet dann fress dann fress ich jetzt alle, tu mir leid ja mach doch vom alle wegfressen her das interessiert mich doch nicht, ob du alle frisst ja, aber ich muss aber Spinnennetze immer sammeln ich hab gesagt, das interessiert mich doch nicht, ob du alle frisst mach doch ja, aber ich muss doch Spinnennetze wieder sammeln halt zum Maul mach das nämlich auch Kähne und essen das haben wir, das haben wir Sticks, Holz fallen das ist immer wohin eine Steinwand ist kaputt nein boah, dann würde ich sagen, werden wir gleich jetzt mit der Aufnahme ne ja, ich mach jetzt mal eben die Steinwand noch heile irgendeine eingerannt hier ich glaube die scheiß Hunde waren das ich glaube die scheiß Hunde waren das keine Ahnung kann sein und das wird schon wieder dunkel ja die Bienen tu ich mal mit in den Kühlschrank hm ich tu die mal hier in die in den Freezer rein ok im Fleisch wird's ein Stück versteh ne hm so das ist voll wir haben eigentlich ist es ganz schön geil was wir alles haben ja ja und wie lange wir dieses mal überleben ja dann hat die hab hier schon Lagerfeuer kommink ich wollte noch ein paar Steinwände aufziehen weil Abigail lebt glaube ich wieder dann mach ich die eben noch nicht essen den Fisch muss ich da reintun ja sonst stirbt der arme Fisch aber dann brauchen wir schnell einen Spiten ja solange der Server aus ist ist das ja nicht so schlimm hm I see I can see again oh der hat noch ganz schön viel ok ich hol mal eben noch Abigail dann könnte man eigentlich die Folge beenden hm mach mach tu ich Abigail wiederbeleben ja vielleicht krieg ich auch erstmal da rein ein Haselnest ist weg ja oder oder ein Haselnloch ich glaube das haben wir mal habe ich zugeschüttet oder so oder ist das noch da ah ne da vorne ist es na gut äh ach ja Abigail auf den Boden tun Speer habe ich ausgerüstet und einfach opfern so ich mach mir mal ne Angelroute mhm und und dann ist so so schnell was Futter noch das kann man auch machen das kann man auch machen brauchen wir aber grad eh nicht so dafür braucht ihr noch davon welche na macht ihr mal ne Angelroute hab ich schon ok bin ich schon fertig ja da kann man oben am Teich da sind schön angeln hm so jetzt würde ich sagen ziehe ich hier rüber noch und dann teilen wir nachher das sind zwei Netze gemacht weil du ja eh haben zwei ja weil du ja eh wieder auf bin ja aber die geben mir auch so langsam aus die spinnen Dinger jetzt kommen noch die Mutter jetzt kommen noch die Mütter aber die weiß ich noch nicht wie die muss man woanders suchen gehen ja aber da werde ich wohl ein paar Feuerdarts machen ah nicht reparieren ein paar so Feuerdarts machen und einfach auf die Mutter drauf schießen kannst du ja auch machen damit die brennt so ähm ist keine Lücke zwischen super hier blieben hehe Schmetterling fang kam schon wieder ein Schmetterling drauf Schegen kommt so dann mach ich nicht blitze nix auf ne ja dir ja mir aber mir nicht aha fängt er erstmal das jo so jetzt haben wir hinten noch einen kleinen Ausgang na gut das muss man einmal komplett ich glaub wir haben generell Bienennachschub hier auch ja Bienennachschub passt jetzt immer auch nur durch die Blumen ja Schmetterlingennachschub Bienennachschub ja ganz schön wir haben jetzt alles erstmal das eine der wichtigsten Grundmaterialien ja zack noch ein paar Blumen setzen zack welchen Raum tue ich denn als erstes abtrennen aber wir fangen mal hier vorne an da haben wir einen zack kleinen sicheren save hier nochmal 8 Blumen gesetzt mein Gott ja ich glaube wenn ihr so ein Spinnei doch nochmal habt dann werde ich mir so ein so ein so eine Art Spinspawner bauen ok den wir außerhalb setzen den tun wir ein bisschen einraben dann halte ich mal ey die Schmetterlinge ne das ist heftig für dich spawnen ist doch geil für dich das ist ein Lebensretter ich habe schon wieder 6 Schmetterlinge ich habe eben 8 hingesetzt für mich guck mal das geile ist ja wenn die leben noch dann verlieren die ja kein Essen das heißt man kann die eigentlich so als Stadtsalbe benutzen einfach da hinten tun die könnte man auch sogar mitnehmen unterwegs nicht reparieren fand ich doch ich habe die schnell getötet als die Küter mich getroffen haben ok und dann habe ich wieder mehr Leben gehabt ja und dann sollten wir die mal irgendwo ne Truhe packen irgendwo safety irgendwo hin safety 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 ups jetzt habe ich auch so ne Blumen abgeherntet egal naja sind doch noch da wow sind echt genug da ich habe ich habe 11 Schmetterlinge cheater alter jetzt habe ich aber kein Spinnetz mehr äh kein Netz mehr das ist das blöde Spinnetz haben wir auch nicht mehr ne doch ein paar aber auch nicht mal allzu viele ok ah ich werde bei nächster Runde doch nochmal welche fangen gehen aber da brauche ich halt ein besser wir werden auf jeden Fall den anderen Mod rausnehmen ja sechs stück haben wir noch sooo dann sind wir schon mal gleich hier eingeschlafen ich gehe mit der Länge einfach zu den Bienen in den Freezer rein ja so das haben wir schon mal hier zu so kann ich da oben auch schon zu machen dann dann die Felder nochmal machen dann äh was ich mal mache der Eingang ne ja den werde ich mal noch ein bisschen umziehen so der Länge da oben schon wieder zack so machen wir mal so Tag 35 heftig aber ich würde jetzt nur sagen dass wir vielleicht noch vielleicht noch fünf sechs Minuten machen den Tag auf jeden Fall noch zu Ende mhm da haben wir doch schon viel geschafft wenn die Sache ist durch den zum wiederbeleben haben wir mehr Glück mhm ja gut die spinnen die Bienen jetzt können wir abwehren mach mal soll ich machen mach mal viel Spaß dann können wir in die Killer Bienen Aua Abigail Abigail aus soll ich alle alle hier netze nochmal aufbrauchen für so Abigail was machst du jetzt Abigail aus hey hä alle spinnen jetzt die trotzdem mal aufbrauchen ja ja Abigail aus komm außer dafür brauchen wir die ja momentan gar nicht doch für den den Bienenhut noch Abigail aus ja hab ich das gemacht und kann man später auch noch machen bloß das nicht ja ein paar sechs Honig nice viel hier ja dann würde ich so wenn wir das alles haben dann kann man ja noch es gibt glaube ich noch andere Feuersong die dumme Q hat die Bienen getötet oh er macht mir noch so Campfire hier in jede Ecke auf jeden Fall und dann sollen die mehr machen okay hier ist er doch schon wieder zu Ende freu ich nicht da geht es wieder nicht lang das ist scheiß bekannt wo ist Licht ja wo wohl ich weiß nicht wo du das gemacht hast ich sehe das nicht Blitzableiter achso ja das war schon die ganze Zeit als der Blitz drin war so 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 ich habe keine Fakke nan 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 ab zum Blitzableiter du bist so genug Licht ja der Blitzableiter macht auch noch Licht oh mein Gott ich glaube ich würde sagen ne die Hand kommt nein böse Hand böse Hand ich habe gesagt böse Hand weg ist unser Feuer ich älger die Hand immer echt gerne böse Hand jetzt ist es weg so sollen wir hier beenden lieber Centus jupser na guck Leute ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen wie bekloppt wir beide sind bid bis zum nächsten mal bei Down stuffed together mit dem flash mit Centus den Verrückten tschüss Image